Ja, herzlich willkommen, mein Name ist Daniel B.O. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Blade Kitten. In der letzten Folge haben wir die Ruinen betreten, die wir für die Magassen erkunden sollen. Und hier sind einige Triceratops-Nashorn-Viecher, die uns das Leben ein bisschen schwer machen. Und, ja, meinig zu, ich geh mal weg. Ich hab ein bisschen Probleme hier, ein bisschen zu überleben. Aber wird schon. Dein ist ein Ding, der wird schon. Nee, nicht darunter. Nee, schon wieder zuerst runterfallen und dann gucken. Äh, ja, ein paar Problemen hier, weil ich hab jetzt grad irgendwie keine Ahnung, den Satz vollkommen verdreht. Hab ich so ein Gefühl, wo bin ich jetzt? Bin ja, irgendwo da hinten war noch ein Skiff. Wo ist der jetzt? Ja, wie komm ich da hin? Nein, wie geht da hoch? Konntest du dich da gerade hochklettern? Oder auch nicht? Na gut. Hm. Er sagt, wie kommt man jetzt zum Skiff hin? Nein! Gott sei Dank. Hallo. Ich hab blöd, dass man nicht mal so auf Ruine raus kann. Wie sieht die alle tot? Ja, wie komm ich da hin? Wie? Wie? Ja. Er hat doch nicht geholfen, dass die da... ...gegen Grand sind, oder? Ist ja irgendwie jetzt nicht so ein anderer Eingang mehr. Ja, wie komm ich da hin? Verdammt. Keine Ahnung. Geh mal weiter. Ich hab irgendwie herausfinden, irgendwann mal. Können wir jetzt mal weiter. Vielleicht kommen wir jetzt so nach rechts irgendwie dahin. Ne. Ah. Ich hab ja getötetet. Ich hoffe, da kommt noch mal ein. Ich hoffe, ich brauch den nicht. Aber da darf ich nicht rein. Und da kann ich ein paar Mal für mehr. Ich hab's jetzt... Oh! Komm her! Komm her! Komm her! Hutsch! Vielleicht in die Säure da reinlenken. Das wird mir gefallen. Oh Gott. Oh Gott. Also ist das eine gute Idee, mit dem zu tun? Das war mir am Leben. Oho! Au, Hilfe! Gott, geht weg! Da komm ich jetzt zum Skip. Sieht so cool aus. Kommt so bestimmt zum Skip, ne? Boah, Scheiße! Hinten ins Wagen! Lasset ihr mich in Ruhe! Sehr schön. Das sind Grosche, die mag ich. Das ist eine Ruhe. Ich möchte natürlich auch haben. Aber es gibt möchte ich auch haben. Dafür nichts überfordert werden, ne? Das ist genau auf die Minutenanzeige drauf, deswegen muss ich mich kurz wegbewegen. Ah, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Ja, nein. Verdammt. Das ist der Skip. Da ist er, Skip. Da ist er, Skip. Da ist er, Skip. Gib mir den Skip. Boah, geil. Na, 15. 5 fehlen noch. Bei 15 bis 20, das sind noch 5 Stück. Und das ist gut. Wie sieht's denn aus? Ja, die drohen noch. Und eine Datenlist. Sehr gut. Wow, hi. Tschüss. Geht dir mal weg, bitte. Da oben war was, glaube ich. Wow. Nein. Zack. Hey. Dann ist das nicht angreifen. Boah, keine Truhe. Das war da oben nicht irgendwo hin. Oder habe ich da getragend geträumt? Ich glaube, ich brauche ich nicht mehr deswegen töte ich euch. Das macht ihr doch auch, ne? Wenn ihr irgendjemanden nicht braucht, einfach töten, ne? Das ist doch sehr logisch. Ja, ich glaube, da kann man dann wohl wählen. Dann weiter. Wut. Wut. Ich glaube, ich glaube, ich weiß auch nicht. Weiß auch nicht. Was hat denn? Ja, so sieht doch die Beschreibung einer Level aus, oder? Du musst es nicht sagen, ne? Du musst es ja unbedingt sagen, ne? Es kann ja wohl nichts Schlimmes passieren, oder? BAMS! Na, kann ich jetzt da an der Decke? Nein! Muss ich eigentlich durch jedes Loch erst mal fallen, bevor ich irgendwie was entdecke. Nein, da war was. Mal ein bisschen da und checkt mal, da oben ist einer. Geh weg. Ja, da oben. Da ist man das, ne? Keine Ahnung, was passiert jetzt noch? Keine Ahnung. Dann. Falsch. Wart. Irgendwie. Warum tötte ich die da hinten? Die sind da am anderen Ende und ich töte die. Wie geht denn das? Oh, was? Warum nicht? Nein, 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 nein. Abgelehnt. Rejected. Oh. Das lehne ich aber nicht ab. Ups, was? Runter da. Auf die Placke. Ui, herr damit. Oh, hi. Na? Well, if it isn't the punk, oh, woman, with the sword. Hey, it's the boss of the red pajama pants party. Thanks for the heads up on the giant monster attack. Doesn't look like it gave you all that much trouble. Not what Skippy about. Hey, hat ja gesagt, run weg. Hey, kid. I hate to do this, but it's my job. Hand it over, please. What? Some thanks for trying to help you guys. What's so special about this thing anyway? I'm paid to not ask questions. You do know that I'm not going to get paid now thanks to you. Make sure it gets there. If it makes you feel any better, you won't need to worry about money anymore. Take care of her. They meet me back at the base. That's it. You're off my friends list. Sorry, kid. I was trying to pay the bills. You understand? No, no, I don't. Ja, du, komm her. Komm her. So, hier. Warte. Wenn ich die Wand des 2D-Laufens durchbrechen könnte, dann würde ich dir jetzt so hinterher rennen. Aber naja, hast du nochmal Glück gehabt? Hast du nochmal Glück gehabt? Wurde ich... Hey. Wie? Da gehe ich nicht runter. Du auch. Du auch. Du auch. Neu. Du weg. Ja, sieht schon wieder alles richtig aus. Komm, man doch nach unten. Was hat denn? Ja, klopbiere ich mal mit dem. Das sieht so geil aus. Das sieht so geil aus. Ah, 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 ah. Warte mal. Da oben. So. Was erwartet mich hier oben? Ich bin hier Schatz drohen. Katzenabend in der guten Nase oder? Da waren das 100. Ja, da habe ich die letzte Datenlist gesehen. Also die zweite. Das war die letzte. Sehr gut. Dann gehen wir. Wie? Ja. Nein, es steht da einfach nur Fakt. Ich würde mich nicht töten. Ich würde mich gut. Auch. Ich bin getötet aus irgendeinem Grund. Okay. Ich habe das Spiel kaputt gemacht, glaube ich. Ich stehe da einfach jetzt so. Also. Ich bin eine Person. Boah, es geht weg. Ey. Das ist ein Checkpoint. Sehr gut. Ich würde mich das interessieren. Ne, Truhe. Die interessiert mich aber. Boah, 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 boah. Ich kann es jetzt schon mit einem Rutscher mit einem Schlag realisieren, ne? So. Wo war hier nochmal? War ja nichts anderes, ne? Ne. Verdammt. Hör auf, damit. Aber die da ist schon auch noch viel in dem Park. Habe ich so gefühlt. Hi, na? Geh weg. Ich streiche euch alle von meiner Freundesliste. BAM! Habe ich nicht, wie ich den einen getroffen habe. Schatz einfach. Ich drücke jetzt einfach alle von denen. Der eine ist mir bis hier unten hingefreut. Wie geht denn das? Na. Lass mich mal kratzen. Wie eine Katze. So, dann, du. Ja, ich komm schon wieder ein bisschen lang. Dann war ich hier zwei, wo nicht. Ja, ich glaube, da oben war ich noch nicht, ne? Okay, ich habe was Gutes gefunden. Ich habe irgendwas freigeschaltet, glaube ich. Was gehört? Aber was? Das ist die Frage. Stimmt mich hier draußen irgendwo da drin? Ich habe ja schon alles Gips und alle Daten und Dinger. Da oben. Geben wir den. Geben wir den. Warte, dann komm ich da hoch. Warte, jetzt komm ich da hoch. Das ist ja halt davon. Was? Vorall. Warte, den Licks-Bonus-Dingen hier. Hohoho, sehr gut. Kolossaler Erfolg. Wie viele Dinge habe ich jetzt? Noch zwei, sehr gut. Und, ich denke, jetzt haben wir auch alles nachher. Dann noch zwei. Sehr gut. Dann schreit mal auf die Kinder hier noch rumliegen. Ich möchte zwei Tränen auf den und dann auch gehen. Ich habe ja eine verpasst, weil da draußen bestimmt noch eine Wanne. Ich bin schon da, wo ich durchs Loch gefallen bin. Wo ich mich gucken konnte, ob da draußen irgendwas war. Das draußen war. Ich bin schon wieder aufgetaucht. Ich bin schon ganz durcheinander, wo war ich, wo war ich nicht. Das sieht schon nach Exit hier aus. Ja. Ja, das sieht nach Exit aus. Dann wollte ich eigentlich nicht, aber doch. Okay. Dann gucken wir uns noch mal um. Irgendwo muss doch noch eine sein. Ja. Also eine muss ja noch irgendwo sein. Nehme ich mal an. Verdammt. Na ja, ich bin jetzt keine. Ja. Dann gehen wir einfach weiter. Verdammt. Muss ich noch mal in die Level rein. Hm. Ballard, ich brauche deine Hilfe wieder. Oh, hast du jemanden, du willst mir helfen? Das wird mich aufrufen und versuchen, mich zu töten. Deine Wanne sind nicht in meinen guten Buchstern. Was? Nein. Es ist ein paar Wanne. Es gibt einen Pack von Vorhund in der Nähe, der hat die Farmen. Ich habe eine PIN, dass sie nach dem Farmen nach dir gehen. Vorhund? Ja, danke. Ich habe genug von ihnen für einen Tag. Farmen, Ballard. Sie sind die Farmen. da kommt man noch irgendwas wir haben noch zwei level der drei level mit der ist auch nicht so lang anscheinend der letzte boss nehme ich mal an und ich sagen bevor wir die level machen die beiden werden wir irgendwann diese machen wir ja im nächsten level und dann im nächsten part und dann gucken wir mal die ganzen anderen sachen die ich hier verpasste aber in der ersten level sondern einfach dass ich habe mich aber erst mal gut noch kaufen können die kostüme da kann ich mir auch wenn ich es nicht mein stadt sagen wir sind schon meister 64 prozent und 30 truhen fünf skiffs und fünf datenpacks sehr gut sehr gut dann würde ich sagen den part kann ich jetzt hier wenden sie schon mal neue klamotten für nächste mal weiß ich habe alle klamotten wieder und natürlich schon bald hier alles komplett erledigt jetzt prozent ja nicht mehr viel ja gut wo ich sage ich bin dem partie und wir sehen uns in der nächsten folge let's play blade kit und ich bleibe ich da letztlich schon sagt tschüss bis zur nächsten folge